Ich verstehe ja, du bist eine vielbeschäftigte Frau, aber wie kriegt man dich denn mal einfach ans Telefon? Es tut mir schrecklich leid, wie geht es dir? Ja, ganz gut. Sag mal, weißt du, wo hier irgendwas los ist in der Stadt? Ich stehe hier und... Heute Abend um 21 Uhr soll bei einem Nachtclub irgendwie was los sein. Ja, bin ich so der Musikmensch? Nicht? Nee, aber ich bin da kurz vorbeikommen. Wo bist du denn gerade? Wollen wir uns vielleicht bei die Bubble Tea treffen? Äh, ja, können wir. Tschö. Ui. Elmuth! Das war die Settin von Heißes Gefährt, also der Roller. Grüß euch. Ich wollte gerade fragen. Hallo. Ich habe mir jetzt, weil du gesagt hast, Roller ist bestimmt gar nicht so verkehrt, habe ich mir einen Roller geholt. Ja, deine Hose ist kaputt. Wo? Ja. Oh no! Die ist neu. Achso, das sind Reinsverschlüsse, oder was? Nee. Das ist übrigens Mia. Ich glaube, das muss so. Ja, ich sehe es gerade. Wer ist das? Mia. Mia. Ja, ich bin der Elmuth. Grüß dich. Hallo. Das ist König Elmuth, weil König Elmuth hat eine Krone auf die Dach. Genau. Oh. Das heißt, immer wenn du dich mit mir irgendwo befindest, bist du im Königreich. Ich soll dich von Thomas grüßen, mit dem warst du wohl mal im Zoo deine Familie besuchen. Ach ja, beim Affengehege. Stimmt. Okay. Also meine Mutter damals hatte so viele Haare auf dem Rücken wie ein Silberrücken. Okay. Weh, ja. Da hast du das dann, äh, hergeleitet, dass das deine Familie ist. Ja, komm immer so mütterliche, äh, also Sohn-Gefühle hoch, weißt du? Äh, warte mal, Telefon. Oui. Schneidi, du Sackfresse! Wie ist es, Junge? Hallo? Ja? 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 Das war viel, ja. Und? Ich denke schon. Die Damen, ich muss zum ACLS, da ist ein Rollstuhlrennen, da muss ich mitmachen. Oui, beim ACLS ist Party auch gerade wohl, hat Thomas gesagt. Ja, dann, äh, Rollstuhlrennen, ich fahr da jetzt hin. Okay. Ja. Kommt ihr da auch hin? Wenn nicht, dann treffen wir uns zum 9 Uhr bei diesem komischen Kack-Club. Können wir gerne machen? Welcher Club eigentlich? Äh, oui. Ich weiß nicht, irgendein Nachtclub macht um 21 Uhr. Ja, ich finde die schon. Ansonsten ruf mich an. Hey, so groß ist die Strategie. Das stimmt. Tschüss, König Elmuth. Viel Spaß. Fahr vorsichtig. Ja, tschüss, äh, Königin und, äh, weiß ich auch nicht. Prinzessin klingt komisch jetzt. Tschööö. Tschööö. Da ist das Pisswasserauto, oder? Oui. So. Ich hab mich gut festgehalten, aber wir hätten auch laufen können. Hm, ja, aber warum laufen, wenn man auch mit so einem wunderschönen Bike fahren kann? Also, wie machst du das? Okay, wo bist du? Du bist rausgegangen, oder? Ja, sie macht Videoanruf, wahrscheinlich. Oh, hier kenne ich, kann ich, ja. Wo bist du? Ich schau mal, was hier vorne noch so geht. Ah, okay. Da war ich tatsächlich noch gar nicht. Machen die Autos oder so? Genau, das sind die von oben, von der Cyber-Hirage. Die haben jetzt hier unten aufgemacht. Können die... Da? Ach da, ich seh, oui, ja, oui, ich seh. Genau. Kannst du gleich hinkommen, ich bleib jetzt hier. Keine Lust reinzugehen? Oh, zu laut. Dann komm ich da nochmal hin. Ja, okay, schön. Bis gleich. Okay. Ja, versteh ich. Ohne einen Unfallsporn. Ähm. Jaden? Was bin ich sehend? Jaden? 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 Ich habe da hinten einen kleinen Roller. Ich hätte gerne eine andere Farbe für die Roller. Die Rente aufbessern und so. Na? Wie ist Helmut? Hel... Oh, Junge. Schön ist das. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, mein Leben ist so. Fangfroh. Hast du, hast du Helmut das Besondere gegeben, oder? Ich habe Helmut meine eigene Hausmarke gegeben, ja. Das, was ich gestern auch hatte, oder? Mhm. Oui. Ich habe nochmal was vorbereitet. Das sieht sehr gut aus. Kann man den Roller noch tunen? Mach da mal was dran. Komm schon. Ja, sollen wir mal so eine, so eine Hupe einbauen? Dann machen wir mal komplett fertig. Ey, das ist geil. So, da bin ich wieder. Oh, so. Ist aber nach dir gerufen. Wie findest du Elisir? Ja, ich... Wunderschön. Für'n Roller. Nein. Ist halt doch nicht so gemein, ey. Hallo? Mia? Ja. Wo seid ihr denn? Ich dachte, ihr wolltet auch ihr eher kommen. Ähm, wir fahren grad zum Weltenbummler was zu essen organisieren. Ah, okay. Ist der offen? Ja, der hat offen. Dann muss ich das mal, äh... Ich habe schon wieder einen Namen Thomas vorschlagen. König Helmut! Ich fahr mal eben waschen. Oui, wir wollen zum Weltenbummler fahren. Wo ist das? Ah, 8102. Dann treffen wir uns gleich da. Okay. Und dann fahren wir zusammen hin. Oui. Dann bis gleich. Jo. Willst du auch mitkommen, Leon? Äh, wohin dann? Zum Weltenbummler. Erstmal fahren wir meinen, äh, meinen Wunder... Wollt, bitte? Wird das jetzt ein Gruppenweg? Helmut! Komm rüber! Vivi! Salut! Vivi, Tommy, komm rüber! Hallo! 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 Die Lation muss voll werden, war Paul? Ich habe gar nicht hier auf... Ach, hier ist die Karte direkt vor mir. Was gibt's denn hier? Fleischplatte, Junge! Nein! Will ich nicht! Vorspeise! Nein! Alkoholfrei... Nein! Fleischplatte! Weil, als ich heute aufgestanden bin, hat er auf mich gewartet. Wow! Ähm... Okay! Oh, Zuckerrawatte! Ah, die sind aber auch zu, glaub ich's. Nö! No, ich euch! Aber eine Zuckerrawatte! Ich auch! Okay! Wer will nach Hause? Wer jammert denn da unten? Ich weiß nicht, Steini vielleicht. Ihr seid für Helmutskotze, ne? Viel Spaß! Also, eigentlich sah der Sitz ganz sauber aus. Frere Sacke, Frere Sacke, Dorme vous! Dorme vous! Dorme vous! Sonne Le Mantine, Sonne Le Mantine, ding, ding, dong! Ich hab'n ganz bösen Verdacht. Ach, du auch, ja? Ich glaub, das geht hier auch wieder über Kopf. Ja, sicher! Wie dreht sich das? Weiß das jemand? Du musst mir mal sagen, was ich mir für'n Auto holen soll. Ich möchte so'n, so'n, so'n Autosklassiker haben, so, aber als Sleeper, weißt du? Du holst dir so'ne MrBean-Karre, die passt zu dir, Paul. Nee, ich will kein MrBean-Karre. Ihr sitzt hier drin und habt keine andere Sorgen als Autos? Nee! Doch, Motorräder. Doch, ich hab' auch die Sorge, dass hier Mia mir die andere Hand klemmert. Oh, weh, ist auch, oh, Entschuldigung. Gut festhalten? Weh! Ich will dich ja grad nicht unterbrechen, aber, äh, guck mal hinter dir. Oh, wow. Ich hab' eine Frage. Also, wo waren wir eigentlich stehen geblieben, bevor wir so je unterbrochen wurden von diesen beiden unhöflichen? Ich sag' dir jetzt schon, wir werden gleich wieder unterbrochen. Ja, ich, 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 ich bin ja schon schlimm, ne? Ja. 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 Ja.